Kamera? Kamera läuft! Ton läuft auch. Ich esse noch. Moment. Dann is schneller. Walles Iglo. Eine Partyhasen-Dokumentation Folge 9. Nachmittag im Iglo. Walle will tanzen. Macht alle mit! Ich denke, das ist eine Doku. Ich denke, das ist eine Doku. Ich denke, das ist eine Doku. Hallo, Walle. Wir filmen gerade. Was hast du heute vor? Aber klar, Walle will Skifahren. Haut unser Hauptdarsteller jetzt ab? Wen sollen wir denn dann hier filmen? Wir könnten herausfinden, wie ein ausgeschaltetes Radio klingt. Spannend, oder? Nein. Diese Doku ist über Walle und der geht gerade. Hey! Das ist ja Pistenraupenfahrerin Luise Neuschnee. Walle, ich muss dir erzählen, was mir passiert ist. Oh, hallo, ihr da. Willst du Skifahren gehen? Kaffee? Vielleicht später. Erst muss ich dir erzählen, was passiert ist. Sieh mal. Ein Tellerbügel? Ein Tellerbügel? Ja, ein Tellerbügel von einem Schlepplift. Ich nenne ihn Schneller Teller. Oder Rolf. Aber weißt du, was das Beste ist? Bist du bereit? Ganz sicher? Okay, Trommelwirbel. Ich wurde gefragt, ob ich morgen den Lift bedienen kann. Ist das nicht toll? Ihr wisst, wie sehr ich meinen Job als Pistenraupenfahrerin liebe. Aber das ist was ganz Besonderes. Das ist persönliches Wachstum. Das ist mein Traum. Ich helfe den Skifahrern hier so gern und wollte schon immer Liftführerin in Wallis Welt sein. Aber es gibt ein winzig kleines Problem. Ich weiß nicht, wie man Tellerlift fährt. Ja, schon. Aber wenn ich auf den Berg fahre, dann in meiner Raupe. Oder im Sessellift. Ich bin noch nie Tellerlift gefahren. Kannst du es mir beibringen? Wo ist oben? Wo ist unten? Ist das vorne oder hinten? Wie sitzt man auf dem Ding? Kenn Rhythmen auf Liften När du ställer dich berät Ich bin bereit. Nein! Ta nästa om du missar. Du vet att du får hjälp. Liftbacken är här för dig. Ta emot songen med era handen bak. Dra den mot dig och sätt den under din bak. Oh yeah! Oh yeah! Hol kol på dina Skidor. Skiparallel. Dom ska vara fram. Und gerade. Inte kursa Skidor. Då kan dom inte glida fram. Nicht kreuzen. Båda Skidor. Hol von Rand. Sätt dig inte ner som på en stor. Du ska stå rak i bilden. Liften putter på. Oh yeah! Oh yeah! Snowfiend stilvoll. Born is even school. Valle, du bist der Beste. Ob wir zusammen Ski fahren sollen? Ich dachte, du fragst nie. Und wir fahren Tellerlift. Wisst ihr, was ich am Lift auch so mag? Das Anstehen. Für mich geht das immer viel zu schnell. Ich warte gerne in einer Schlange. Denn da kann man sich unterhalten, Geschichten erfinden über die Leute vor einem, übers Leben nachdenken, die Nase putzen oder... Klar, lass uns gehen. Macht's gut. Tschüss Partyhasen. Tschüss. Tschüss. Den restlichen Nachmittag verbrachten Luise und Valle auf der Piste, wo sie oft mit dem Tellerlift fuhren. Am nächsten Tag wurde Luises Traum wahr, als sie den Lift bedienen durfte. Rührend. Apreschi Party! Ich will auch tanzen gehen. Ich auch. Wartet.